Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmar und ich begrüße euch wieder bei Crash Bandicoot. Oh, meine Stimme ist immer noch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, ich hatte zuletzt Halsweh und das sind jetzt noch die Nachwehen. Aber nichtsdestotrotz spielen wir heute wieder Rolling Stones, nein Crash Bandicoot, aber das Level Rolling Stones und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ja, die erste Folge ist eigentlich relativ gut gelaufen, wir waren noch nicht im Rage Modus, aber wir sind uns sicher, wir werden definitiv noch in diesem Spiel in den Rage Modus kommen, ob das heute sein wird. Wir werden sehen, wir fangen erstmal an mit Rolling Stones. Okay, so, Hinweis, schalte einen neuen Weg frei, indem du woanders den blauen Edelschein erhältst. Einen Edelschein haben wir jetzt beim letzten Level, glaube ich, als beim vorletzten, also ja, eigentlich beim letzten Level, das, was wir jetzt mit mir die letzte Episode beendet haben, das war ja mehr oder weniger so ein Endgegner oder Zwischengegner, aber den haben wir auch gut gewuppt bekommen, das war überhaupt kein Problem. So, weiter geht's, wenn so eine Kiste ist, wenn ich falle nach oben, sollte man die nicht zerstören, habe ich mir sagen lassen. Ah, fuck, siehste, und, oh no, laut Schmer, aufpassen, Concentration, Concentration, so, okay, weiter geht's. Alright, okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh mein Gott, so, jawohl, so, da nochmal, äh, komm, auf die Kisten, so, zack, jawohl, was war denn das, ach, guck mal da, hab ich gar nicht gewusst, nein, ah, oh Gott, das war knapp, 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 knapper Lautschmer, haha, so, so, aber Checkpoint, oh, Boah, ich bin immer froh, wenn ich diese Kiste sehe, bin ich immer heilfroh, weil ich weiß, man muss den ganzen Scheiß nicht nochmal machen, wobei bisher, äh, hältst du es in Grenzen, ne, von den Rück... Oh nein, von den Rückzeitspunkten, kaum sag ich's, alter, okay, ja, aber, okay, Gott sei Dank, der Checkpoint war ja erst zuletzt. alter nehmen in den innen so okay jetzt gut 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 da war doch gerade was oder ich glaube ich habe mir seine bilden jawohl checkpoint checkpoint jawohl ich dachte eben schon der abgrund wäre jetzt schon wieder um mein gott jetzt wird schon abspruchs ja anspruchsvolle so mein lieber herr gesangsverein oh mein gott oh mein gott so gut hat scheiße jawohl der drei gesichts tokens und weiter geht's bonus level ja bobo bobo bonus level zack zack nein fuck scheiße achja ich muss irgendwas muss ich mal noch einblenden äh am anfang dass diese folge auf jeden fall schimpfwörter inhalten kann falls ein paar jüngere zuschauer dabei sind nicht dass die mama schimpft was kurz denn da warum schimpften der mann so hatte torrett das könnte durchaus passieren dass bei dem spiel auf jeden fall torrett bekomme aber momentan geht es ja noch momentan geht es ja noch so weg shit da war nur da haben wir jetzt nur drei zwei gesammelt anstatt drei nein okay okay cool alles cool ich bin entspannt alles ist cool ich habe festen stuhl so oh gott da ist wieder die stelle ne so nein jetzt so nein come on fuck ah scheiße er legt mich doch nein oh gott ich glaube die palettform geht weg weg diese zack 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 ich hoffe ich schon pack die stelle jawohl 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 geil wo sie checkt und alle da ist schon ein level ende da ist schon level ende geil aber ich glaube wir haben viele viele kisten liegen lassen das tut mir leid alter er geht schon hin er ist schon k.o. er ist schon k.o. und es gibt sogar einen erfolg die kiste die crash das genick wahrscheinlich gebrochen hat oh mein gott ach du heiland du glaubst es nicht so die jahre das war schon ein bisschen anspruchsvoller das level muss schon sagen also da musste man schon ein bisschen konzentriert sein ja gut hock wild oder hock wild ne hock wild hock wild hock wild so gucken wir mal was uns hier erwartet haltesprung gedrückt um von trommeln höher abzuspringen ja das haben wir schon mitgekriegt also trommeln jetzt nicht aber da gab es ja auch schon diese kisten diese stahlkisten oder eisenkisten whatever ähm wo man dann wenn man da länger gedrückt haben oh was ist das ach du scheiße ne oh gott ach du liebes bisschen ach du liebes bisschen du ahnst es nicht oh gott oh gott oh gott level 11 leben leben wollte schon sein ja sammeln alle kisten ein wir sind voll die pros oh gott oh gott scheiße oh nein okay die können wir gar nicht so wegbashen scheiße ich dachte da hier das warzenschwein macht sie alle weg oh nein oh gott oh gott come on come on give it to me give it to me ah oh so es fängt schon an es fängt schon an es geht schon wieder los das darf doch gar nicht wahr sein ich gehe mal jetzt auf die andere sache ich muss rechts bleiben ich muss rechts bleiben glaube ich das glaube ich so zufalls basieren also es ist ja nicht immer so oder ich bleibe jetzt mal rechts ah siehste okay jetzt links jawohl und da ist eine trommel scheiße und jetzt ich dachte da hübsch da drauf okay oh da gehen sie hin die leben fuck so wir bleiben wieder rechts das nächste mal brauchen wir müssen mal links oh das war auch knapp okay das packen wir geil oh nein oh gott scheiße jetzt wieder ah und immer wieder diese fucking stelle nein du ahnst es nicht so okay komm auf die trommel trommeläffchen jawohl 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 und checkpoint jawohl so rechts bleiben links so ein bisschen habe ich es raus jetzt oh mein gott rechts spring oh mein gott ah da kommen wir so oh je oh je oh je oh je mini oh gott 8 du scheiße 8 oh nein da war da war das ziel ich werde bekloppt ich werde bekloppt das geben wir doch ja nicht so weiter gehts so rum uah oh nein fuck so da fängt schon an mit dem Toret nobody knows the trouble I've seen nobody saved my sorrow ha so und da drunter durch da muss ich da nicht springen oder so auch kacke kacke mensch man 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 leckt doch die katze am arsch leckt doch die katze am arsch so gut okay so uah wir müssen aber hüpfen wir müssen hüpfen das geht ja nein rechts rechts bleiben bei dem rechts bleiben merken 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 am Schluss bei dem typi rechts bleiben wie bei dem jetzt da links okay oh mein gott 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 da wieder rechts da gehen wir hin das hüpfen da gehen wir hin und konzentriert eben wird schon konzentriert doch ja scheiße zu spät ge hüpft okay 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 kein problem kein problem haben wir auch länger vom spiel ne sagt immer mein kumpel greyfish da haben wir länger vom spiel der wird sich wahrscheinlich auch grad köstlich amüsieren und wahrscheinlich noch viel öfter weil das ist ja noch eins von den allerersten scheiß level fuck doch die henne also man aah ich krieg klack das gebe doch ja nicht so da müssen wir rüber springen mensch 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 konzentrier dich jetzt packen wir es ich habe es im gefühl i feel it in my bones so jawoll komm genau jetzt müssen wir rechts jawoll und jetzt haben wir es gepackt ja erfolgserlebnis und gerade mal vier kisten schade die wollen wir unbedingt haben nochmal von vorne ne arschleckerli alter schwede aber jetzt ein bisschen gebraucht für das äh dingsbums wie hieß es äh hock hock wild hock wild durchatmen native fortress native fortress ok ja ich schluck schon mal weil mhm da habe ich was gelesen bei der game pro hat ein redakteur geschrieben dass das so ziemlich sein hass level war schauen wir mal magst du es lieber etwas nostalgischer benutze die richtungstasten ok oh mein got native fortress ich bin mal gespannt ich bin mal gespannt wir haben wir schon mal ein gesichtstoken und wieder elf leben die wir wahrscheinlich brauchen werden so schön mit der taste drauf gedrückt ah fuck siehste weggebasht haben wir wieder nicht aufgepasst so komm der affe wird weggebasht so ok so noch ist ach gut checkpoint so noch ist noch ist alles cool schon zwei tokens so da müssen wir wieder dran dass die plattform wieder still steht so ich hoffe die bleiben auch so ah toll das war schon mal das war schon mal richtig schlecht so äpfel ah oh gott Gott sei Dank sterben wir nicht wenn wir so wenn wir so weit runter fallen das wäre schon mal kacke so so guck mal mal wieder oh my god oh my god checkpoint ja geile geschichte wenigstens sind die checkpoints hier wirklich fair verteilt das muss ich hier mal absolut sagen so jetzt wieder das äpfchen so komm schnell 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 weiter oh gott oh gott oh gott jawoll wieder zwölf leben das schon mal beruhigend ah fuck scheiße feier 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 nein neue hast du gesehen wie aggressiv mich die schildfröde angeguckt hat unglaublich nein zehn leben das war jetzt einfach nur blöd genauso wie das man da fliegen die schuhe sogar noch hoch ach du ahnst es nicht wie ich jetzt die leben hier für saubeutel oh gott wird aber jetzt nicht diese stellen wir doch mich jetzt nicht übelst abpacken oder so dass wieder das äffchen so jetzt konzentrieren wir uns mal wieder so gott oh gott so gott oh gott oh gott alter das ist immer eine verdammt knappe geschichte aber hier ist checkpoint geil geile geschichte jackie point nein man das ärgert mich wenn wir leben so so dumm vergeudet werden gott sei dank wieder leben oh mein gott geht er mal weg komm wir gehen weiter was interessiert uns der af ist uns egal so zack mein gott oh mein gott für jeden fucking checkpoint bin ich dankbar as hell so ok zwei leben haben wir da wieder gut gemacht das heißt wir haben zehn zehn leben zehn leben so ok da müssen wir wieder genau abmessen ach siehst du fuck it oh man wenn das noch weiter nach oben gebaut wird dann habe ich ein problem weil ich bin so einer ich schiff gern die plattform einfach mal schön vorbei immer knapp aber vorbei und da bist du auch vorbei wissen wir ja scheiße auf die scheiß äpfel da jetzt aber diese akumaske möchte ich dann doch haben und das war jetzt da siehst du da lobe ich schon da lobe ich schon oh gott und wieder ein checkpoint yes baby all right all right man man scheiß drauf haben wir jetzt haben wir nicht ahhhh oh ho 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 jetzt die aggo aggo maske wieder weg scheiße komm so oh gott oh jetzt wird schon anspruchsvoller seht ihr das oh mein gott oh gott ah no scheiße neiiiin oh man boah das war einfach nur schlecht und da gehen sie da hin fütter mich fuck fucky 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 fuck da gehen sie da hin die schönen leben neiiiin ich muss nochmal uaugh uoaaàDu uaah oh gott 香港 ok Geil Geile Scheiße Alright Komm den Affen mal weg Oh mein Gott Scheiße, aber gut, Checkpoint ist nicht weit weg Was haben wir noch am Leben? Was haben wir noch am Leben? Acht Okay, okay, okay So, okay Bisschen mit Ich Okay, dann muss ich Knabber abspringen Bringt ja nix Bringt ja nix Bringt ja nix Warte, Moment So, und Jawohl Oh Gott, oh Gott, oh Gott Nein, ah, das hätte gelangt Nein Nein, nein, nein Mama Sex lieben Sex lieben Sex lieben Ich trau mich nicht Ich trau mich nicht Oh Gott, okay Oh nein Scheiße 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 Oh Gott Fünf Leben Oh nein Vier 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 Leben Oh nein Concentration Concentration Ich hab schon ne gesunde Gesichtsfarbe Glaub ich Okay Nein Ah, ich wusste das Oh, fuck Drei Stück Drei Stück Anleg mich doch Das kann's doch nicht sein Das kann's doch nie Fuck, oh mir hat eine Aquakumaske Nein Oh Gott Ich glaube, es passiert Es passiert wirklich Oh Gott Scheiße Jetzt mal Concentration Oh mein Gott Jawohl Ein Leben Ein Leben Nein Wir warten Wir warten Wir warten Lieber ein bisschen Wir gehen auf die Sichere Nein Zeige Fuck Oh nein Zwei Leben noch Leck mich doch Am Ärmel Ach nee Nein Oh Gott Gut, dass wir die Aquakumaske hatten Oh Gott Hier wollten wir uns Ah Wie sieht's mit den Äpfeln aus Ah Leider noch kein Bonus Leben Kacke Na, da hätten wir gleich durchblasen können Oh Gott Oh Gott Drei Stück Ihr wollt mich doch verarschen Nein Oh nein Ach Oh nein 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 Fuck Ein Leben, Leute Ein Leben Nur Nur Nein 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 Das ist doch nicht zu knapp Das ist zu knapp So Komm Oh Gott Oh Gott Nein Die Aquakumaske ist auch schon wieder weg Ach Scheiße Die wollte ich behalten Hier ist Checkpoint Haben wir den vorhin übersehen Ja, aber bringt ihr uns nix mehr, ne Oh Gott Oh fuck Und wir haben die Maske nicht Nein Warum Warum Fackelt uns das jetzt ab Okay Wir haben noch Ein Leben Haben wir noch Äh, also Null eigentlich Aber okay Oh fuck Auch Leute Nein Nein Das war's Oh Gott Wir sehen's Scheiße Game over Bildschirm Game over Native fortress Okay Ja Ich kann jetzt so ein bisschen Den Mitarbeiter Ähm Verstehen Level neu starten Ja Machen wir Scheiße Aber So viel Leben Haben wir jetzt gar nicht Ne Ist auch blöd Doof 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 Aber egal Okay Komm Ja, aber Ich würde sagen Ja Das Level Starten wir jetzt Das war hier Aber wir machen jetzt So Gut Jetzt wieder beruhigen Ähm Wir probieren das ja einfach Jetzt nochmal In der nächsten Episode Ähm Ich hoffe Ihr seid dann wieder mit dabei Ich hoffe Ihr habt auch Jetzt wieder ein bisschen Spaß gehabt Ja Bei mir hat es in den Grenzen Gehalten Und es wird sich auch In der nächsten Episode Wahrscheinlich In Grenzen halten Schauen wir mal Ich würde mich aber Erfreuen wenn euch Die Folge gefallen hat Und dann könnt ihr es auch Mit einem Like zeigen Oder schreibt in die Kommentare was Das würde mich auf jeden Fall Sehr sehr freuen Und dann sehen wir uns Das nächste Mal wieder Bei Crash Bandicoot Bis dahin Macht's gut Ciao Ciao Bye Bye Bis dahin Bis dahin Bis zum nächsten Mal.